Ja, mein Neufolk! Resident Evil 4 Wir sind in der Müllverbrennung unten Ah, das ist wieder dasselbe da So soll doch das gehen, oder? Ja Sehr gut Ok Abwechslung Oh, blablabla Oh Was ist das? Super! Was ist das? Warum brennt das Ding? Was ist das? Warum brennt das Ding? Nein, ich muss es lassen. Hierher kommt es besser. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich lasse es dir! Ja, machen wir. Absuchen. Es kommt schon wieder rein. Rein ist gut. Wow! Hilfe! 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 Oh! Sie ist verletzt. Nicht gut! Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nein. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh, da sind wir mehr. Wir sind mehr. Jetzt ist sie verletzt. Ich muss ihr unbedingt die Heilung geben. So haben wir nicht gerechnet. Das ist nicht so gut. Die Munition ist viel zu wenig. Ich werde meine Maximalgesundheit verbessern. Jetzt ist der Besuch voll. Und ihr muss es auch noch geben. Das ist nicht so gut. Jetzt kommt es gut. Wenigstens mal wieder ein wenig Muni. Das ist nicht so gut. Hier bekommen wir es auch. Eine Reihe Muni offen. Nicht so viel, aber... Ja nicht... Es ist der mit den anderen zwei Hebeln, die ich gar nicht probiert habe. Ich brauche dich nicht, ja genau. Jetzt können wir treten, nicht ab. Wow, jetzt, aber jetzt, hallo, ist meine Energie da unten gewesen, es hat nicht so ausgesehen. Hat es sich eh gereicht? Es kann sein, dass meine Energie nicht da unten war. Das heisst, wir geben ihm sofort. Äschli. Ja, genau das. Ich bleibe hier, um es nicht zu schützen. Ja, genau das. Ja, genau das. Ich schiesse sehr übernehmen. Wow! Moment! Nein, nicht auf den See! Ich kann nicht mehr zielen. Ich kann nicht zielen, die knallen Mischtendungen mit diesen ... ... die jedes Mal getroffen werden. Du verziehst dir das Ziel. Das ist eine extrem fremdliche Steuerung. Die Figur ist so schwerfällig, bis sie schiesst. Schauen wir mal, ich gebe wieder Äschchen. Heilig. Ich gehe wieder auf die Pump-Action. Das ist gleich mehrere Gegner gleichzeitig besser. Auf so engen Raum. Was hat er jetzt davon? Jetzt kommt er leider raus, oder? Wenn er nicht klappt. Ich habe ihn nicht gegeben. Jetzt habe ich das Problem wieder. Ich habe alles verschwunden, das ich sammeln will. Das ist ein bisschen scheisse. Was soll ich mit dem? Ich kann ja nichts machen. Ich mache das zu. Ich mache es zu tun, ich mache es dir. Ich mache es nicht mehr. Ich mache es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Wie mit der ... ... wie diese soll. Was hat es gebraucht? Da hätte ich vielleicht nicht einmal diese brauchen müssen. Jetzt habe ich aber keinen Schuss mehr für diese. Weg! Du kannst einen Schuss, dann ist sie weg. Oh nein, ich glaube, ich habe eine Dummheit gemacht. Okay. Ich nehme sie monitechnisch nicht. Gut. Ich habe rotes Pflänzchen, nicht grün. Das kann ich ja nicht. Ich habe keinen Tränen, Brücher. Ich weiß nicht, ob ich sie von denen halten soll. Ich brauche sie nicht wirklich. Oh, wir können endlich ... Ich glaube, wir können endlich wieder etwas abschliessen. Die Rheinstein habe ich wahrscheinlich für die Maske verpasst. Ja, das ist für die Katze. Es fehlt immer noch einer. Es kann sein, dass ich sie für die Maske nicht mehr finden darf. Ich kaufe mir aber nicht noch mal so einen Raketenwerfer. Ich kaufe leider auch nicht so viel. Ich gebe erst mit dem letzten Stein wirklich das richtige Geld. Ich habe keine Kapazität. Aber ich komme nur dafür, dass wir endlich noch Waffen fertig aufzutunen. Aber ich habe irgendwo die Sachen verpasst. Es war nicht wenig. Ich kann sie fühlen, dass sie immer so stark werden. Ich kann sie fühlen. Sattler! Vielleicht kannst du aufzutunen. Aber du kannst nicht aufzutunen. Aber du kannst nicht, dass ich àften. Ja, jetzt komm rein. Hast du gut? Wie soll ich juices сюда kämpfen? Schneelt ihr? Äsehle! Äsehle! Es hat bereits angefangen. Bleibt dich das Leon gar nicht, das ganze hier. Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Was ist die Wahrheit mit unserem Freund, Leon? Er ist nicht einfach. Die Sample? Sadler hat es. Er sieht, dass er unser kleine Spiel ausgesucht hat. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Das ist eine verworrene Geschichte langsamer. Sie sind wirklich die, die das Las Plagas sein lassen lassen. Und am Anfang sagt er an diesem Dorf, dass sie dem Präsident seine Tochter genommen haben, um ihn zu erpressen und so, um die Plage zurück abzulassen. Aber es kommt immer ganz einen neuen Twist an. Frag ihn jetzt gerade weg, ey. Er ist nicht sicher. Ich sage das Sack. Oh, oh. Na, wohin geht die Türe. Was ist das? Jetzt mal noch Hunde. Jetzt passt er voll mit dieser Gewaltgeschichte. Von innen nicht ganz zusammen. Blas Plagas. Das ist oftmals die Präsidenten Tochter für dieses Ritual. Komm zurück. Super, der nervt mich wie so da hinten. Das war's. 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 Das sind schifte. Ich aber. Bei mir ist das. Bei mir ist das Ordens heading. Aus perdu Mog. Halt! 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 Wo geht es hierher? Nein, wir müssen zurück. Jetzt hast du hier. Wo kommt er? Nein, da unten schlägt er. Hier kann ich gar nichts machen. Weg! Ah, jetzt kommen sie noch da raus. Ui, da kommt einer raus. Autsch! Es ist gefährlich raus zu gehen. Man muss besser warten. Viele Schürze rum. Aufwand. Ja. Der trifft mich da unten hoch. Aber ich gehe nicht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Er mit Perfekt. Der trifft mich da zwischen. Aha, aber dieses Mal habe ich Pfeil abgeschossen und ihn. Halt! Und wir sind von 1�. Würde ich hier oben bin, sind ich alle gekommen. Bevor ich auch ein bisschen sammle. Ich frage mich gerade, welches Umbrella ich vorhin hatte. Die Geschichte ist irgendwie komisch aufgebaut. Der Erstellfer-Geschichte macht keinen Sinn mehr mit dem Wandel. Der Plot passt auch nicht mehr zusammen. Das könnte einen Kampf geben. Ich komme hier direkt wahrscheinlich gar nicht weiter. Jetzt kommt es. Wesker sie. Partner. Ich schaue die Sequenz an. Ich schaue die Sequenz an. Ich denke, ich bekomme jetzt irgendeine Info. Dann kommt wieder das Quick-Time-Event. Das kann ich übrigens nicht überspringen. Oh, das zweite Mal musst du etwas anderes machen. Das ist random. Ich bin ein paar Jahre lang, Kumpel. Krauser? Ich bin zwei Jahre lang vor dem Krasch. Das ist das, was sie dir gesagt haben? Du bist derjenige, Ashley. Du hast es schnell gemacht. Wie erwartet. Nachdem du und ich beide wissen, wo wir kommen. Ich werde mich konzentrieren. Jetzt macht das Sinn. Die haben sie reingelegt. Das ist ein klassischer Virus von ihnen. Sie haben ja das Ding aus dem Boden ausgegraben. Der Parasit. Also der ist nicht von einem T-Virus. Der ist nicht von einer Umbrella. Sie haben sie benutzt, weil sie an diesen Plagast her wollen. Der ist nicht von einer Umbrella. Der ist nicht von einer Umbrella. Ich lasse es fast aus. Das ist genug. Ja, ich bin dran. Ha. Aida! Wow, das ist doch so ein verdammtes Gutes. Es ist ja so, dass wir hier die Haupte haben. Ha, 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 ha. Sie gehört aber eigentlich auch zu ihnen. Irgendeinen Grund gibt es, dass sie gegen ihn steht, aber sie gehört. Irgendwelche Grund. Irgendwelche Grund. Ich habe eine Idee. Seitdem du hier bist, warum ich dich nicht an IT introduce? IT sollte dich beschäftigen. Ich kann nicht den Namen erinnern. Vielleicht ein Senior Moment. Ja. Enjoy the fun. Ich habe viel Spass gehabt, auch nicht viel gedreht zu sein. Bin ich von hier unten gekommen, oder? Wie ist es jetzt an einem anderen Ort? Dann geht es weiter. Ich gehe nochmal und schaue, vielleicht kann ich irgendetwas einsammeln. Man weiss ja nie. Wahrscheinlich fehlt mir auch das Geld von den Skiesübungen, bei denen ich mehr Kronkorke hätte verdienen müssen, damit du dann auch Bonusgelder bekommst. Du bekommst schon immer mehr. Erstens hast du schon irgendwie über 40. Oh, ich verklüpfe mich nochmal. Geht automatisch. Das kennen wir ja schon. Oh! Merci! Ich habe gedacht, ich muss jetzt zacken, weil es mir hinten ankommt. Und mich verfolgt. Aber nein. Es kommt einfach eines nach dem anderen. Aber ich hatte das vom Film im Kopf, wo er das durch den ganzen Gang ausfährt. Das kann ja hier noch passieren. Jetzt schnell! Wann sollst du da die Tür? Ah, jetzt ist es etwas Ähnliches gekommen. Hier und da. Was ist das? Was tut ihr? Was ist das denn? Verschlossen? Ok. Das muss ich jetzt. Sehr vergnügen. Der Sädler-Sithron. Schau. Hoffentlich ist das für die einen der letzte Maske. Man muss schnell schauen, ob das auch die Schatzkennung zeichnet. Aber nicht das, was ich erwartet habe. Die Schatzkennung. Im nächsten Dungeon und wieder auf der Suche nach der Göhre. Die Schatzkennung. Ich stehe nicht auf dem Durchlaufen. Ja, so ein bisschen. Die Schatzkennung. Auf die Karte. Ich schätze das nicht. Oh, kommen wir jetzt wieder hoch zum Schloss mit einem Labyrinth. Das könnte noch sein. Die Schatzkennung. Was wissen wir eigentlich? Das ist wahrscheinlich ... Wahrscheinlich ist es eine ... ... Umbrella hinter diesen ... ... hinter diesen Plagen. Als zu hart. Die Schatzkennung. Ich denke... Früher hatte das BMM eine Menge Munition zu legen, jetzt nicht mehr. Das ist vieles anders. Das kann ich eigentlich rausnehmen, wenn ich das untersuche, dass ich den einsetzen kann. Nein. Ich muss nur verkaufen. Aber es reicht wieder nicht für etwas Gutes. Äh... Das ist gar nichts. Sollte ich endlich mal wissen, ob es sich voll machen kann. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Is that all? Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Das reicht nicht für etwas Gutes. 50'000 vielleicht. Das reicht auch nicht. 100'000. Ähm... Das verkaufen. Is that all? Hehehehe. Thank you. What are you selling? Das verkaufen. Das verkaufen. Is that all? Und auch ein bisschen mehr Feuerkraft. Hehehehe. Thank you. Ich sage gut, wenn wir mal ein bisschen mehr Sachen bekommen würden. Und wieder einmal einsetzen. ... so... ... so... ... so... Merset... ... so... ... so... Vielen Dank.